Hey yo, Basketup Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal ein kleines Real-Life-Video. Ja, wie ihr seht, ich befinde mich schon im Zimmer von Marcel. Kann ja kurz so eine kleine Room-Tour machen, falls ihr das Zimmer noch nicht kennt. Gleich komme ich zu diesem Part. Hier seht ihr schon Nils am Schwitzen mit dem Astro A50. Soll ich wissen, wo der kommt bitte, wenn ich Schritte höre? Das erste Mal das mit dem Gaming jetzt entspielt. Du musst dich konzentrieren. Aber dazu gleich, Leute. Konzentriere dich. Konzentriere dich, ey. Okay, so, hier seht ihr Marcel sein krasses Bett. Schauen wir mal unter. Nein, Spaß. Hier, krasser Skorpion, würde ich mal sagen. Zwölfer Prezi mit, ja, Octa-Pack, würde ich schon mal sagen. Digga, wenn der jetzt hier Live-Camp macht, das wäre zu krass, Alter. Okay, dann kommen wir gleich hier dazu. Also, Leute, hier seht ihr schon meine Plays, die habe ich mitgebracht. Weil wir Opfer sind. Ja, weil wir Opfer sind. Nein, Spaß. Hier ist schon zwei Bildschirme im Start, das machen wir dann später. Hier, Nils, am schwitzen, Jungs. Das erste Mal Scuff, das erste Mal Headset. Das erste Mal Scuff. Oh. Einmal die Schnauze, bitte. Ich muss hier Soundtouren. Okay, okay. Schauen wir mal. Die Cam wäre zu legendär jetzt. Wenn er jetzt eine Camstrike macht, okay, dann schauen wir mal. Oh mein. Okay, okay, ich schaue gleich nochmal vorbei. Ich habe nicht gehört. Auf jeden Fall, Jungs. Ich werde bestimmt noch ein paar Sachen so bei Facebook und so posten. Oder, Marcel? Was meinst du? Oder besser gesagt, 12er Prezi. Du kannst ja mal sagen, was du von mir bekommen hast. Ah ja, das kann ich mal zeigen. Ich habe die Ehre bekommen, Leute. Ich als größter Schwitzer EU, kann man schon sagen. Hier eine AN94 in Mini. Marcel hatte zwei. Ich habe, glaube ich, alleine mit AN94 über 100.000 Kills. Also, verdient ist praktisch... Auf siebener Streak. Auf siebener Streak. Oha, Alter. Auf jeden Fall, verdienter Preis, würde ich mal sagen. Einer der größten Schwitzer. Ich scuff abspringe ich, ey. Ah ja, das muss ich auch noch zeigen. Skaff-Controller. Oh, jetzt ist er gestorben, leider. Also, Leute, Facebook-Seite ist ganz, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr ein Like da lassen. Werde ich auf jeden Fall ein paar Sachen noch von uns posten. Ein paar Fotos oder so. Und ja, morgen Abonnententreffen ist angesagt. Marcel? Morgen Abonnententreffen. Wie heißt der Platz nochmal? Ernst Augustplatz, meine Freunde. 13 Uhr. Ernst Augustplatz. Impact-Klang. Einige Member sind auch dabei. Genau, der Nasty. Traum, dass er sterbt. Oh, Lumpi. Genau, Alter. 13 Uhr in Hannover. Hannover, ey. Beim Ernst Augustplatz. Beim Hauptbahnhof. Also, freut euch drauf. Ich würde mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bewertung, kommentiert hier nicht vergessen. Bis gleich. Alles gepflegt. Auf jeden Fall. Okay, also, zwei war Prezi. Sagt auch nochmal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.